Ah, let's play like a legend. Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack. So, Holschleus muss ich aufpassen. Aufpassen. Fünf Meilen pro Stunde! Ah, ob ich das jetzt nicht gemacht hätte. Ah, ahm. Well struck. And this putt is from Birdie 3 in the scorecard. Der kommt hoch, ne? Boah. Oh! Ah! Ah! All these are good for the momentum. These ones will work for me, my mom. ronald na er kann sogar noch ein da ist noch ein das ist noch zu wenig noch zu wenig dies war so bei justin thomas counten topspot as we pause for look at the leaderboard let's see what happens here on the fall and choosing the eight iron here und wieder rollen wieder wegrollen ja die bis auf der berg mn on the ground john he's down there what's the news hey guys we are checking in with ricky fowler as he gets set for his next shot here on the 18th let's catch up with the current proceedings wie gesagt zu uns zu schätzen ist er auch nicht trying to get to five under with this part we are 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 scheiß nervosität er sollte man nicht darauf er sollst du justin thomas major champion world number one player really has all the attributes does the rich he does his focus on the his own game is is amazing i think that this kid really understands how to play the game he's got all the shots but he doesn't try and get up there and hit it as hard as he can every single time he gets out there and he learns how to play the game hit the finesse shots when you need it take some risks when you have when you need to but also back off when you don't need to this kid is a real deal complete game from head to toe right really nice to go erzielt 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 jetzt aber es ist schön dass er es war so gepasst hat das stimmt schon rückenwind t-shirt ist looking good here einer warte mal die blöde die blöde jahrtangabe dazwischen kein risiko eingehen scheiß die feinheiten kann ich aber auf der auf der karte nicht sehen der europa karliterin die kappeler top sport zu schlagen das finde ich sicher was ich habe gesagt ich habe gesagt, er ist eine der besten in der Spiel das ist eine schönheit, wie geht es das und hier sind wir mit der vier er hat zwei Schmerzen back how close was that to going down hands around the green what a skill to have such soft hands he makes this he'll save his power oh 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 schön konzentrieren schön konzentrieren hey seeing off here at the 7th that's for cooking good shot there it's a fairway finder for sure the great severano balesteros inspired entire generation of european golfers particularly his own spanish golfers and i feel that we might even have the best spanish golfer of all time in john ramridge i absolutely agree with that i i believe in the game right now luke that if there's one player that all others are fearful of when they get on top of the leaderboard i think john roms name would be number one because he seemingly has zero weaknesses i can't find a single one i look at his game and it is so complete you just get envious of it don't you because it is so good everywhere off the tee iron play the short game the mentality the vision the imagination he's got every single tool that you could possibly work in this game he is by far i believe the most complete player in our game today yeah it certainly feels like we're in the john ram era right now oh wonderful effort confirms the power ja 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 das ist gar nicht so eine große ist eine große windstärken trotzdem trotzdem so extreme wieder runter holen Wie soll ich das denn rechnen, Mensch? Wo ist mein Loch? Das ist mein Loch. Eins. Anderthalb. Oh, ja, oh. Oh, ja, oh. Oh, ja, oh. Oh, ja, oh. Wie soll ich das rechnen? Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was? Högerbereich. Oh, 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 oh. Das ist ein Schuss für die 200-Yard-Markt. 4 Schuss behind our Leader. Ich kann hier nichts sehen, ne? Das war so nicht 90. Da kommt er noch! Und hier sind wir mit dem 3. Schuss. Wir haben jetzt 4 Schuss aus dem Platz. Wie so stark ist? Und jetzt haben wir 8-feet leften. Solid little par-putt hier. Das ist eine halbe Chance, das hier zu sein. Es hat eine sehr gute Aktion auf der course. Wer ist es? Highlights? Das ist schon Highlights. Das ist genau wie es wird.